Eine Gemeinschaft, die lebt und die trägt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Gerade in und durch die Corona-Pandemie und an den brennenden Ecken unserer Welt spüren wir das. Wir Menschen, wir sind Beziehungswesen. Wir leben vom lebendigen Miteinander, im Austausch zueinander und im gegenseitigen Tragen. Und dieses lebendige Miteinander, diese Beziehung, gehört auch zum Markenkern unseres christlichen Glaubens. Unsere Beziehung zu Jesus Christus drückt sich aus in unserer Gemeinschaft. Denn keiner soll alleine glauben. Wir brauchen das Miteinander. Wir feiern gemeinsam den Glauben. Wir teilen miteinander unsere Zweifel und Fragen und versuchen aus christlichem Geist unsere Welt zu gestalten und mit anzupacken. Mit dir zum Wir, so lautet auch das Leitwort der diesjährigen Diaspora-Aktion. Dieses Wir, diese Gemeinschaft, wo es auf jeden und jede Einzelne ankommt in unserer Glaubensgemeinschaft. Wir wollen es öffnen und zum Ausdruck bringen, dass wir gemeinsam brauchen in Solidarität, im Gebet und im Füreinander-Dasein. Das gilt gerade auch in der Diaspora, ob in Deutschland, in Nordeuropa oder im Baltikum. Und so möchte ich Sie bitten, gerade am Diaspora-Sonntag am 20. November, dass wir auch dort unsere Mitbrüder und Schwestern in Solidarität und in Möglichkeiten, die wir haben, unterstützen. Sei es durch Spenden, die auch online möglich sind, sei es durch Ihr Interesse oder durch Ihr Gebet. Ich danke Ihnen für all die Unterstützung und Verbundenheit. Ich sage ein herzliches Vergelt Gott und bleiben Sie von Gott behütet.